Verliert ihr auch oft den Überblick über eure Finanzen? Also mir geht es ständig so. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ihr eure Ziele formuliert und jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr endlich aufräumen könnt und besser eure Finanzen im Überblick behaltet. Ich denke, viele Studenten kennen das Problem. Am Ende des Geldes ist noch zu viel Monat da, aber wo ist das ganze Geld hin? So, jetzt aber Schluss damit. Jetzt wird aufgeräumt und zwar zeige ich euch, wie ich den Überblick über meine Finanzen behalte. Und zwar mache ich das mit der VR-Banking-App von der Volksbank Kurpfalz. Also wir sind jetzt hier in der VR-Banking-App. Also das ist jetzt nur eine Demo-Version, also das sind leider nicht meine Konten. Hier hat man noch aktuelle Informationen und eine Übersicht über mein Depot. Das hier unten finde ich vor allem sehr praktisch, da man hier sich anzeigen lassen kann, welche Geldautomaten denn in der Nähe sind. Und hier kommt quasi meine Lieblingsfunktion und zwar der Finanzmanager. Hier werden quasi alle Abbuchungen zusammengefasst und in einem Kuchendiagramm dargestellt. Man hat dann die Möglichkeit, in der App die verschiedenen Ausgaben Kategorien zuzuordnen. Da habe ich jetzt eine Abbuchung und kann dann hier jetzt einfach auswählen, in welche Kategorie ich das denn zuordne. In dem Fall war das jetzt ein Restaurantbesuch. Deshalb kommt es natürlich zu Essen und Trinken. Speichern und dann habe ich das der Kategorie zugeordnet. Und das könnt ihr mit allen Abbuchungen von eurem Konto machen und habt dann wirklich hier eine schöne Übersicht, für was ihr denn überhaupt Geld ausgibt. Und so kann man quasi die Knackpunkte herausfinden, wo man denn zu viel Geld ausgibt und wo man Geld sparen könnte. Das ist also eure Aufgabe. Verschafft euch einen Überblick und findet heraus, für was ihr eigentlich alles Geld ausgibt und wo ihr noch sparen könnt. Aber jetzt kommt die große Frage, wie viel spare ich denn jetzt eigentlich? Diese Frage werde ich euch im nächsten Video beantworten. Ihr habt kein Geld für den nächsten Sommerurlaub? Dann habe ich was für euch. Denn ihr habt die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel einen 700 Euro SCA-Travel-Gutschein zu gewinnen. Für alle Infos geht einfach auf den Instagram-Account von der Volksfonds-Kopferl.